Peri, ich kann das nicht ohne dich. Peri, komm bitte zurück. Äh, warum ist hier keiner an der Kasse? Oh Gott, Error. Was? Mein Regal. Wir können, hallo YouTube. YouTube. Diesmal, diesmal auch mit ein bisschen Gamesound. Ich hoffe, ich muss meine Aufnahme kommen. Oh, jetzt hätte ich fast auf New Game gedrückt, ne? Nein, 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 bitte nicht. Nicht wieder von vorne? Nein. Bist ja tragisch. Aber es war so entspannt. Ich bin wieder im Nichts. Du bist wieder männlich. Das kommt noch. Klopp. Meine Umwandlung dauert immer ein bisschen. So, wo sind die Mitarbeiter? Die kommen gleich erst. Die kommen gleich erst, okay. Haben wir nicht schön aufgeräumt und aufgefüllt? Ja. Wir brauchen noch grünes Bier und Haferverlocken. So muss es doch auch Verkäufern so im Laden gehen, oder? Dass sie morgens noch gucken und sagen, guck mal, jetzt ist es noch so schön sortiert. Und in zwei Stunden liegt wieder der Brokkoli an der Kasse zwischen den Blumen. Tut er wirklich manchmal, da denke ich auch, Leute. Oh, ich weiß. Warum? Euch, das finde ich auch letztens so fies. Das habe ich dann tatsächlich, habe ich auch rausgeräumt und dann an der Kasse abgegeben, weil ich nicht wusste, bei wem sonst. Weil ich ja nie jemanden da finde, der da rumläuft. Findest du sowieso nie. Da hat jemand Sachen aus dem Tiefkühler auftauen lassen und einfach zwischen die Süßigkeiten in der Kinderabteilung dahin gelegt. Ja, das ist auch leider oft so. Dann kannst du nur darauf vertrauen, dass sie das dann auch entsorgen und nicht wieder zurücklegen. Hm. Und eine Packung, was riecht denn hier so komisch? Die war dann in diesem Stofftierding, weiter unten drin, war dann eine Packung mit Hähnchen, wo Löcher reingestochen worden sind. Ach man, ey. Das war eklig. Das war so doof, ey. Ja, wo bleiben denn unsere Mitarbeiter? Ich weiß nicht. Die Stadt ist zu weit weg. Die stehen im Stau. Ich geh mal gucken. Ich geh mal gucken, ob dein Zaun hier noch offen ist. Oh, Katze, erschreck mich doch nicht so. Gehst du wieder? Ja. Ist dein Zaun-Element zu? Ja. Haben die unsere Folge gesehen? Ich hab auch grad gedacht. Bleib mit. Wir können nicht mehr ausbrechen. Verdammt. Was ist das denn? Das macht immer Bibim bei mir. Du hörst das auch? Ich hab grad schon das Hetze zur Seite gemacht. Aber ich dachte, das wär hier so. Muss mal eben gucken, ob auch doch mein Mikrofon läuft auch. Jetzt bin ich irgendwie... ...bisschen verunsichert. Ob auch jeder Ton da ist. Ich wollte grad sagen, die Mitarbeiter sind da. Nee, das sind ja meine... Das ist auch eine ganz einladende Werbung, ne? Absolut. Wir sehen nicht völlig pisst aufs, ne? Ja, vor allen Dingen auch die verschränkten Arme. Das stößt ja überhaupt nicht auf Abneigung. Ja. Mitarbeiter, wo bleibt ihr? War einer um 6 Uhr? Ich glaub, um 7 Uhr fängt's erst an. Okay, dann könnten wir noch einmal Cinnamon bestellen. Ich dachte, wir haben jetzt alles bestellt. Cinnamon hab ich vergessen. Also. Hab ich sonst noch was vergessen? Weiß nicht. Äh. Okay, dann bleibst du halt so dahin. Dein LKW ist da. Ja. Mach hoch. Die Tür. Die Tür. Mach auf. Soll ich beginnen mit einem mega nervigen, bescheidenen Ohrwurm? Welchen denn? Hoch auf dem gelben Wagen. Sitze ich beim Kutscherforn. Da hab ich drüber nachgedacht. Was bedeutet auf dem gelben Wagen und beim, das heißt doch beim Kutscherforn, oder? Ja. Was ist das für ein Wagen? Das ist ein Postwagen. Ja, aber wie alt ist dann dieses Lied? Sind die aktuellen alten Menschen, no offense hier, ne? Sind die nicht schon nach dieser Zeit, dass sie das noch kennen und sollten mal ein anderes Lied singen? Ich mach mal auf. Ich denke schon. Und ich habe mich gefragt, was wird unsere Generation singen? Also hoch auf dem gelben Wagen. Die Textgrundlage ist aus dem 1870er Jahren. Ja, auch diese Generation ist schon längst vorbeifüchtig. Aber die haben das von ihren Eltern gelernt. Ja, aber das könnten wir doch mal aufhören, oder? Im Prinzip ja, haben wir vier Mitarbeiter. Was? Nein, wir haben zwei. Was? Also eine ist schon am Checkout und die nächste geht schon auffüllen. Ja, hab ich denen gesagt. Wenn was nicht auffüllt? Anscheinend. Siehst du mal, was du vergessen hast. Oder geht sie mit jedem Karton hin und sagt, oh, das ist ja voll. Ich hoffe nicht. Also das nächste, was wir uns leisten, ist die Erweiterung, ja? Ja. Und noch ein Regal, damit wir noch Bier und so lagern können. Wir haben kein eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Lagerplätze brauchen wir noch. Okay, also Lagerregal willst du dann haben, ja? Ja, ihr genau. Am besten noch sechs Stück, dann haben wir genug Platz. Ist nur ein bisschen teuer. Ja, ich glaube, wir haben gerade mal Geld für eins zur Zeit. Wir sollten noch mal kurz abwarten. Ich klicke mich mal durch den Monitor, würde ich sagen. Gesundheitskontrolle in Arbeit steht hier. Insgesamt verdientes Geld haben wir schon fast 14.000 Dollar mal verdient. Wo ist das geblieben? Weg. Wir brauchen 1.875. Ich überlege, ob ich die Preise hochschrauben soll. Dann kommen aber weniger Kunden. Weißt du, was ich schon gedacht habe? Vielleicht entlassen wir den einen Kassierer wieder und stellen da einfach noch ein Self-Checkout hin. Ich glaube, das wird dann gleich bald auch so viel mehr werden, dass wir vielleicht noch einen Self-Checkout brauchen und ihn. Meinst du? Ich weiß nicht, ob die auch bescheißen können beim Self-Checkout. Auch wenn nicht. Weil das geht ja nur mit Karte. Ist das so? Mhm. Was kostet denn ein Self-Checkout? 700. Er kostet 20 Dollar pro Schiff. Wir brauchen blaue Cracker. Wir brauchen einen neuen Timmy. Blaue Cracker. Die heißen auch nur Crackers. Cracker Käsegeschmack heißen sie. Nee, nee, die anderen Cracker. Die anderen Cracker. Heißen die übergeschnappt? Sind die blau mit weiß und haben einen Keks in der Mitte? Mit einer Hand? Ja, ja. Sie heißen übergeschnappt. Einmal oder? Äh, mach mal zwei. Okay. Noch ein Wunsch. Ähm. Noch nicht. Vielleicht Avocados? Nee, das Regal ist voll. Wir haben sogar noch zwei Packungen mit Avocados im Lager. Regal Kleinholz. Regal All-in-One. Oha. Oha. Das ist gerade hier wie so Rollschreckenplage, die gerade kommt. Oha, es gibt auch Bäckerei-Regale. Was ist das? Cardboard-Kompaktor? Das ist wie eine Müllpresse. Ähm. So. Lager-Regal kriegst du mal zwei. Dann ist aber erst mal gut. Yay. Es war so aufgefüllt, ne? Ich liebe diesen, diesen Akzent. Swipe your card. Thank you. Oh, this one's off my list. Nice. Auf dem gelben Wagen. Ich hab's einfach angefasst. Mein Regal. Dein Regal. Wir haben hier ein wichtig, wichtig Clipboard. Und zwei, zwei so Sortierdinger. Da ist aber nichts drin, nur nichts aufgeschrieben. Wir haben nur einen Computer. Jetzt reagiert hier mein Smart Speaker. Oh Gott. Haben wir noch Schokokekse im Lager? Keine Ahnung. Wie sehen die denn aus? Nein, das sind Citruskekse. Ich glaube, eine rote Packung. Ich glaube, wir haben keine mehr. Wir brauchen dringend Kekse. Die Kekse sind aus. Oh Gott, welche Kekse? Citruskuchen in Schachteln? Nein, den haben wir noch. Nein, die Schokokekse sind aus. Und Hundefutter ist aus. Oh mein Gott. Ja, wie sieht denn das alles aus? Hundefutter habe ich gesehen. Wo ist das Hundefutter? Knusprige Erdnussbutter. Oh. Schon lange nicht mehr gegessen. Ich weiß nicht. Oh, das ist schon viel zu weit. Das kann ich ja alles gar nicht kaufen. Was gucke ich denn hier? Schokoladenkekse. Ja. Es sind noch drei im Store und acht im Lager. Oh. Ach da, habe sie gefunden. Und Hundefutter kommt auch. Perfekt. So, im Lager sind die Schokokekse alle. Ist auf dem Weg. Äh. Klar, pack noch mehr davon ein. Wie viel Old Mead willst du haben? Cinnamon Chips, Waschmittel. Waschmittel sind noch zwölf Stück im Lager. Und Apfel, Zimt, Haferflocken noch neun. Das sind einzelne Packungen, ne? Okay, ich bestell dir was. Waschmittel. Wieso haben wir 70 Milchkartons im Lager? 70. Ja, wir zwei Kartons mit Milch haben. Oh, ich glaube, es hat geklingelt bei mir. Oh Gott, jetzt muss ich die Stellung halten. Ah. Du musst alleine die Stellung halten. Ja, ja, ja. Meine Sachen werden abgeholt. Yay. Ich muss der Wagen. Ich muss der Wagen. Okay, das ist zu viel Druck für mich hier. War es auch hier? Das war hier, ne? Da. Da, das Hundefutter direkt unter der Hühnersuppe. Hm. Wenn sich da mal keiner vergreift. Äh, was hab ich jetzt? Wo ist es? Okay, ich frag nicht. Oh Gott, was hab ich denn hier alles gekauft? Okay. 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 Und du räumst das hier rein und du räumst das in die Regale, ja? Ich hab keine Zeit. Ich, äh, muss den Lkw freimachen. Ich glaub, da kommt nämlich noch einer. Ich hoffe, hier gab's keine Ordnung, weil jetzt, äh, gibt's keine mehr. Hoch auf dem Einkaufswagen liegen die Chips da vorn. Mehl, Mehl, Mehl ist alles, was ich habe. Mehl, Mehl, Mehl ist alles, was ich mag. Ah. Ich kauf alles, was Mehl ist. Ne, das hat grad im Kopf mehr Sinn gemacht. Ah. Ich kauf alles, was ich hatte. Energy. Kann man ja einer bitte Waschpulver kaufen, damit ich den letzten da einräumen kann? Ist ja auch noch alles da. Äh, Mitarbeiter, warum, warum, hallo, was, mein Gott, ist keiner an der Kasse? Warum ist hier keiner an der Kasse? Äh, kannst du bitte kassieren gehen, danke. Das sind hier alle am Auffüllen, ist ja, ist ja fein, aber, äh... Peri, du stehst mitten im Weg, okay. Ich kam dran vorbei. Hat immer noch keiner Waschmittel gekauft. Warum steht hier ein Karton? Das ist hier ein super Ort ausgesucht, um AFK zu gehen. Da kommen bestimmt gut die Kunden durch. Ah, die kommen da besser durch als ich. Immer noch kein Waschmittel. Oh, was fehlt denn hier? Zucker. Äh, äh, warum ist hier auf einmal so viel gehende Leere? Oh mein Gott, ich komme nicht, ich kann das nicht ohne dich. Peri, komm bitte zurück. Noch Milch. Äh. Äh. Das vielleicht noch. Ich, ich, keine Ahnung. Das. 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 Nee, nur einer. Das. Haben Sie die Zahlen denn rot, wenn das hier noch... Kühner, Nübelsuppe, Kokosnuss, Gurke. Okay, wurde es noch da. War geschnappt. Die haben wir auch noch hier rumfliegen. Die, nee, die habe ich doch jetzt ganz oft schon gekauft. Egal. Das muss er jetzt mal wieder, weil... Ja, sehr gut. Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Ich hoffe, man hört meinen Mitbewohnern nicht Nase putzen. Gut. Gut. Uhhhhhhhhh. Uhhhhhhhhh. Das ist gut. Das ist gut. Uhhhhhh. Oh, Kado. Das ist gut. Äpfel. Zucker. Die räumt aber echt langsam ein. Uhhhhhh. 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 Miam. 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 OK. Okay, jetzt kommen gerade weniger Kunden, das ist gut. Oh, okay, stellt euch brav weg. Was ist hier rum? Mehl. Mehl, da habe ich noch ein bisschen Platz. Transaction, komplett. Hallo, Piri. Na, du stehst... I'm so sorry, wenn der Postmutter die Treppe runterfällt, ne? Was? Oh nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich habe gerade Avogadro's weggeworfen. Ah! No! Ich wollte nämlich, das war die Strafe, ich wollte einen gemeinen Satz sagen. Ich wollte sagen, besser er als du, aber... Okay, geht es ihm gut? Ja. Okay. Aber ich habe jetzt halt trotzdem kurz geguckt und wir haben kurz gewartet, nicht, dass noch was kommt, ein Knöchel oder so. War noch nett und habe ihm noch was zu trinken angeboten dann. Auf dem Schreck. Bei uns ist mal der Schornsteinfeger vom Dach gefallen. Aber er ist an der Regengrinde hängen geblieben, er ist nicht runtergefallen. Du hast dich übrigens schön in den Türeingang für die Kunden gestellt und bist dann AFK gegangen. Oh no, kamen sie denn trotzdem noch durch? Ja, ja, ich nicht, aber die Kunden schon. Die sind durch dich durchgeglitscht. Yeah, ich bin durchgängig. Das klingt falsch. Hast du die Preise erhöht? Nein. War schon immer eine Packung Milz, 2,39 Euro? Seit Corona, ja. Oh, ich kriege gerade wieder Rückenschmerzen, weil meine Tablette aufhört zu wöbeln. Wieso bist du denn jetzt da am Einräumen? Ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst Pause machen. Ich? Nee, die Dame hier, die Olivia, die an der Kasse saß. Das ist jetzt er, der da einräumt, ne? Ja, ja, sie saß an der Kasse. Und sie sollte eine Pause machen, weil sie schon im roten Bereich war. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben keinen Kohl mehr. Na, kein Scheiß. Ich bin doch die ganze Zeit schon am kaufen, am verzweifeln und... Sag ich doch. Doch, wir haben hier noch Kohl. Oh, es kam auch gerade welche an von dir. Ja, ich war schon in Panik. Ich habe bestellt und wieder bestellt und rein und raus und die Mitarbeiter waren nicht da und ich war ganz alleine. Hä, was habe ich denn? Kunden müssen warten. Hä? Was ist das denn für eine Suppe? Äh, die Kunden müssen warten. Ja, ich bin da. Was ist mir jetzt egal. So, es kommt jetzt irgendwo ins Regal, wo gerade Platz ist und dann sollen sie es da rausnehmen zum Einräumen. Ich war heute schon ganz nett zu meiner Nachbarin. Ja, meine Nachbarin hat nämlich immer ein Auge darauf, ob hier Post aus dem Briefkasten raushängt oder Zeitungen und dann klingelt sie immer ganz nett und sagt, dass der Postbote da war. Nicht, dass jemand uns die Briefe klaut. Oh Gott, da würde ich aber dann am zweiten Mal sagen, ja, ist okay. Bitte klingle nicht bei mir. Ja, ich mache die Tür nicht auf. Nee, ich würde gar nicht die Tür aufmachen. Das ist nichts. Oder wenn jemand ein Paket bringt und das einfach vor die Tür wieder wirft, dann nimmt sie das und drehe ich das dann nach hinten auf die Terrasse, damit es keiner klaut. Ja, das ist nett. Ja, und wenn hier jemand komisches ist auf dem Hof, den keiner kennt, dann sagt sie auch Bescheid. Dann kriegt man sogar WhatsApp-Nachrichten. Oh Gott. Das klingt ein bisschen nach meiner Nachbarin. Ist aber eine ganz, ganz liebe Ältere da. Und jetzt habe ich eine Schachtel Pralinen heute Morgen schon vorbeigebracht. Also, danke schön. Wo ist mein Mitarbeiter? Stocking? Der rennt hier. Checkout. Ja, dann geh doch mal zu Checkout. Ah, gut, er hat nur gewartet, bis ich aufstehe. Sollen wir einen zweiten Self-Checkout aufstellen? Gute Idee. Ich muss nur ein Stückchen beschicken. Ich muss nur ein Stückchen beschicken. Wir brauchen noch mehr Teppich. Der Moment, auf den du gewartet hast, oder? Ja, mal gucken. So, mal ein Auge draufhelfen. Wir brauchen noch gehackte Tomaten. Wie hat der den Wagen in den Weg gestellt? Hatten wir nicht vorhin hier noch einen ganzen Karton mit gehackten Tomaten stehen? Ich habe irgendwo was in den Weg geworfen. Ich glaube, das war bei Chicken Soup, die aber nirgendwo hingehörte. Ja, genau, das sind Chicken-Nudeln. Aber die brauchen wir auch. Stell ich den links daneben oder dahinter? Ich könnte ihn auch hier hinterstellen. Soll ich das so machen? Das geht auch, oder? Das ist ein bisschen platzsparender. Ja. Kommen noch hier alle durch, ne? Wir haben keine Grape-Fruits. Ich bestelle. Ja, du kennst dich da besser mit aus. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ich habe eine weinende Katze und ich muss mal eben eine Tablette nehmen gehen. Okay. Dann ist das Self-Check-Out-Rot. Muss ich da was tun? Oh Gott. Error. Ist jetzt wieder alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Hast du gut gemacht. Oh Gott. Jetzt fühle ich mich wie der Lidl-Mitarbeiter, den ich in der Einfolge da so runtergemacht habe. Schatzi, hier ist eine Treppe. Jetzt findet er... Oh, hier. Hier, rein. Ist richtig? Oh, jetzt springen. Oh, gefällt dir das nicht? Oh. Das ist wirklich. Ich muss am Bett da liegen. Es ist ein alter Mann. Er hat es in den Knochen. Nein, er hat jetzt ein anderes Treppchen, um auf mein Bett zu kommen. Und das ist noch nicht so akzeptiert. Es ist genau so. Ich habe für meine Katzen ja zwei teure Lamm-Fell-Däckchen geholt, ja. Für auf die Couch. Ne, drei Stück sogar. Drei Stück, ja. So schön verteilt an ihren Lieblingsplätzen. Und wo liegen sie jetzt? Sie schieben es beiseite und liegen entweder da oder sie liegen unten drunter. Kann man machen. Irgendwann sortiere ich das Lager mal thematisch. Ich hatte das Paket in der Hand und hast du es mir aus der Hände gerissen. Hä, das lag auf dem Boden. Hm? Wo bist denn du? Ich war im Lager. Ich habe gerade die Sachen eingeräumt, die hier ankamen. Kann das sein? Die Schilder gekleert, wo nichts mehr drinsteht, damit die da nicht keinen Platz mehr haben und die Sachen nicht zurückräumen. Kann es sein, dass du gerade für mich nicht existent bist? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ah, da bist du. Du warst weg. John Anderson needs a break. Bist du John Anderson? Ja. Ja, mach mal eine Pause. Bitte geh zum Self-Checkout. Oh. Oh, der Quick-Service. Oh, der Quick-Service. Wir müssen gleich einmal schließen und einmal wieder richtig auffüllen. Sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Hey. Du hast doch jetzt gleich auch Feierabend, oder? Ja, bis 19 machen die, oder? Ja, bis 17. Ja, komm. Zieh noch einmal dran. Was kannst du noch machen? Stock, aufräumen und Pause. Nö, dann... Nicht mehr viel, dann können wir erweitern. Vielleicht, du hörst das nicht gerne, aber könntest du noch mal zwei Regale kaufen? Na! Normale oder Lager? Äh, warte mal eben. Wohl, reicht, reicht noch, reicht noch. Okay. Ey! Oh, shit! Hm? Das Tor ist runtergegangen und hat das Bier in den Boden gerammt. What? Habt ihr es gerade? Habt's! Ha! Yay! Böses Tor. Äh... Die Beerd... Das Beerdigungsbier fehlt. Das was? Es heißt Beerdung. Ja. Wer kennt's nicht? Das Schliefenbier fehlt jetzt. Äh, gelbes Bier? Das ist... Ne, das ist das Orange. Ja, das Bier heißt Achtung. Aber das Orange müssen wir auch aufspülen. Das Schneiderbier. Bestellung läuft. Das Warzenbier mit dem Moustassio haben wir so. Wir müssen die Kokosnüsse auffüllen. Ich bin dabei. Und Grapebrot sind auch alle und Kohl muss auch aufgefüllt werden. Und ich glaube, wir haben nicht genug Lagerfläche. Und ich glaube, wir haben nicht genug Lagerfläche. Ja, diese Videos... Ja, hab ich dir geholt. Yay! Help us on the way. Bitte. Wieso ist Olivia immer noch in Pause? Ist sie? Steht da oben. Wo ist sie denn? Hab sie. Sie steckt. Jetzt ist aber keiner mehr in der Kasse. Hä, warum? Da war er doch gerade noch die ganze Zeit an der Kasse. Weiß nicht, er hat das irgendwie... Oh Gott, was ist denn hier los? Überlegen Kartons. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie in der Kasse. Ja, ich hab eben gesagt, geh zur Kasse. Oh, ich war doch da. Um, wenn die Abendschicht da ist, wenn die gleich aufhören zu arbeiten, ja? Ach nein, das ist schon die Abendschicht. Wenn die Morgenschicht kommt, räumen wir einmal, schließen wir einmal kurz, dann dürfen die alles einräumen und ich sortiere das Lager, ja? Ja. Machen wir. Ich bin gerade nicht mehr so multitaskingfähig mit Schmerzen, mit einem Kater, der hinter mir gerübst hat, glaube ich, und ich direkt Panik habe. Und einem Handy, was gerade gebimmelt hat. Swipe your card. Swipe your card. Wir nehmen gleich einen, wenn wir zumachen, zum Stocken und einen zum Müll wegräumen. Ja. Chicken soup. Ich habe den Karton auf die Kasse positioniert. Hier lagen doch gerade noch so viele Sachen. Ich habe sie in die Regale geräumt. Hast du schon deine neuen Lagerregale aufgestellt? Ich bin nur am Ausräumen hier. Ich bin nur am Ausräumen hier. Das blockiert den Weg. Ja, vielleicht 12.000 Kartons? Haben wir gerade Sturm? Sturm? Draußen ist Sturm, ja? Ja. Klingt so. Das hier wird ein Obstregal. Hoffentlich fliege ich nicht weg. Ich gehe mal wieder rein. Oh Gott. Oh, sie bringt die Ordnung rein. Furchtbar, oder? Mhm. Pekse. Trockenprodukt. Dosen. Trockenprodukt. Obst. Nika Nika Energy drinks Energy drinks haben Getränke, denen keinen Platz mehr. Irgendwie fiepst mich das jetzt an. Ich bestelle noch mal. Ja, Basmati-Reis. Ein Regal. Ein Lagerregal. Ja. Ja. So, ich geh jetzt mal ganz kurz gedanklich hier überall durch, ja? Mhm. Also, ein Karton mit Chips. Muss ich was tun oder gehst du nur für dich durch irgendwas hier? Äh. Ich hab nämlich gerade ganz viele Sachen bestellt. Okay, dann warte ich erst ab. Solange es keine blaue Milch ist, ist alles gut. Ich weiß nicht. Ich hab nur auf die Zahlen geachtet. Wie viele Cerealien wolltest du haben? Ja. Sicher, sicher. Ich hab die alten ganz lange. Hört schon nicht schlecht. Oh, das ist es okay. Na. Ah. Oh. Ah, mach. Oh, mach. Ah, mach. Oh, mach. Oh. Oh, mach. Oh, jetzt habe ich ja einen Ohrwurm mit hoch auf dem gelben Wagen. Ich muss auch passen, dass ich nicht wieder irgendwas wegschmeiße. Oh, der Bus hat meinen Wagen angefahren. Hat die Mitarbeiter jetzt mitgenommen? Hä? Die hat einen Bus gehalten? Ist aber nichts passiert. Sag mal, kannst du jetzt mal bitte... Da ist noch eine Avocado in dem Ding drin, ne? Hier bei mir, ja. Weiß ich. Ja. Bananen. War vorhin kein Platz zu da. Ja, ich räume da schnell weg. Thank you. Gleich können wir die Erweiterung kaufen. Kriegen wir die noch hin vor folgendem Ende? Wir sind bei 47 Minuten. John? Ich dachte gerade auch so, what? So schnell. Aber wir sind doch nur am Sortieren. Hier? Holen darfst du was jetzt so rumbringen. Was brauchst du denn an Geld für die Erweiterung? 1,8 irgendwas. 1.875. Oh je, wir brauchen aber ganz dringend noch Basmati-Reis und sowas. Gut, dann eine Bestellung noch. Basmati-Reis und was ist da hier komplett alle Sekunde? Wasch Pulver und Mehl hab ich. Cinnamon. Nein, wieso ist Cinnamon da rechts? Ich hab mich verklickt. Okay. Äh. Waschmittel. Hab ich. Frühstückskekse. Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ich... So eine blaue, schmale Packung. La Vita. La Vita. Ich bin jetzt schon einmal durchgescrollt. Ich weiß nicht, den Überblick verloren. So schmale, gelbe, längliche Packung, eine schmale, rote Packung. Okay. Äh, Mehl und Zucker. Muss ich eigentlich Versandkosten zahlen für jedes Mal oder ist dem das egal? Noch ist das denen egal. Warum ist das so neblig hier drin? Weil draußen Nebel ist. Ist hier ein Sandsturm oder was? Könnte sein. Tatsächlich, hier kommt irgendwas von der Decke, würde ich sagen. Wasch dir mal vor, du müsstest den Salat jetzt so essen. Mmh. Mit extra Crunch. Ich krieg direkt schlechter Luft, wenn ich das hier sehe. Wir haben letztens, äh, Paletten geschnitten. Und ich hatte überall diese Siegespiene hängen. Mir hat alles so gejuckt. Oh no. Das klingt übel. Aber mit Glück, äh, passt das jetzt in meinen Kofferraum, wenn ich das transportieren kann. Weil es sind keine normalen Paletten. Es sind so, äh, ich weiß nicht, was damit ursprünglich transportiert worden ist, aber das ist cool, weil da sind links und rechts so, diese Längsbalken, sind von vorne, die haben so, ähm, wie soll ich das jetzt erklären. Also es sind links und rechts nochmal Längsbalken von, von vorne drauf. Und ganz lang. Sieht aus wie so ein Lattenrost. Wie Lattenrost, wo man dann links und rechts vorne noch was drauf hat. Das, äh, wenn es dann gestrichen ist, und ich hasse Palettenstreichen, dann will ich es halt senkrecht in ein neues Beet packen, zum Ranken, und an diese Längsdinger würde ich Haken machen. Und, äh, achso, hier ist gar nicht mehr dran. Gut. Zum, ah! Das Tor ist einfach zugegangen. Äh, so würde ich auch hier Haken dran machen, damit ich da dann noch irgendwelche Sachen dranhängen kann. Mhm. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Ja. Könntest du eine Erweiterung holen? Yay! Oh Gott, nur noch eine Packung Mehl im Regal. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Shop auf Erweiterungsname erweitern möchten? Danach können Sie keinen Downgrade mehr durchführen. Äh, ja, und? Wieso sollte ich mich denn verkleinern? Oh. Oh. Oh, ui. Okay. Wir waren mal kuschelig, ja? Ja, ja, ja. Aber das Obst kann so bleiben. Da können wir doch drei hinten dran stellen. Okay. Ich sortiere um. Spiel, stopp! Was? Hast du gerade den Laden geschlossen, jetzt wo wir pleite sind? Ich meine, die Flaggen können ja auch so hängen bleiben, ne? Habe doch mal stehen. Ich? Nee, Sarah Thompson. Braucht einen Break. Anscheinend nicht. Swipe your guard. Swipe your guard. Ach, du machst eine Pause. Oh, steht hier ein Karton auf der Kasse. I appreciate it. Den hab ich da hingeworfen, weil es da so gelandet. Passt das kleine andere Regal jetzt noch daneben? Könnte sein. Kann man mitleben, oder? Mit dem Millimeter. Ja. Ja, deine Flaggen. Oh Gott, von hinten. Von hinten gibt's keine. Da fehlt die Textur. Ja, ist ja auch nicht so gedacht. Na dann hängen sie um. Aber das ist doch schön, dass man hier einfach unter Flaggen durchlaufen kann. Wieso heißt eigentlich Pause machen automatisch, dass man rauchen muss? Äh, das ist vielleicht in Russland so. Ist das nicht stereotypisch? Äh, in Russland ist das so. Das gefällt mir nicht. Sind das eigentlich russische Entwickler? Die klingen zumindest so. Was ich nicht. Aber ich hab beschlossen, wir müssen jetzt erst alles auffüllen, bevor wir noch einen Kunden bedienen. Ich würde jetzt gerne meine Checkliste nehmen, ne, und gucken, was wir brauchen. Willst du das Obst so stehen lassen? Na gut, man kann dann... Ja, da hängt ja nochmal drei. Ja, gut. Aber das können wir uns jetzt nicht leisten. Ich will das aber jetzt sofort tun. Und dann noch zwei Self-Checkout-Kassen hier aufbauen. Das ist ja jetzt da so dran. Ich hab was gemacht, um dich zu triggern. Hi. Schmeißt du mir jetzt die Arbeit vor den Füßen? Und sprichst du nicht mit mir? Ich glaube, sie hackt. Wie weit sollen wir denn rennen, um zu bestellen? Du darfst in der Ecke hocken. Nix da. Im Dunkeln. Ah, perfekt. Guck mal, wir machen einen Kompromiss, okay? Wo ist denn da jetzt der Kompromiss? Du hast das gemacht, was du gern hättest. Nein, nein, dann ist sie an der Wand, so wie du es gern hast. Und näher hier rein. Guck mal, da kannst du sogar sich dann da hinsetzen und beruht achten, ob die auch alles richtig einräumen. Ich spüre das Grinsen. Wenn du das so erklärst. Mhm. Okay. Meine Oma hat früher immer gesagt, wenn ich keine Ausreden habe, fällt die Hölle zu. Kriegst du trotzdem kein Licht. Die Milch müsste im Lagen aufgefüllt werden. Im Lager haben wir noch. Jetzt delegiert sie vom Schreibtisch aus, der jetzt viel näher da dran steht. Oh, das macht Spaß. Die Milch ist aufgefüllt, Chef. Brotsticks, wo haben wir denn Brotsticks? Da haben wir Brotsticks, tatsächlich. Übergeschnappt muss noch aufgefüllt werden. Ja, ich glaube, das ist dein Part. Was kommt da unten hin auch? Bisquits. Es steht hier ein Keks rum. Warum ist das hier so dunkel? Strom sparen. Ich spare gleich an deinem Gesicht. Dann spare ich an deinem Gehalt. Das sind die falschen Kekse. Sind das die Kekse? Nein, aber jetzt sind es die Kekse. Nee, die holen mich wieder raus, sonst kriege ich wieder auf die Fresse hier. Was ist hier? Mach mal so. Steht hier Bier im Flur. Und stehen da unten jetzt die Zitruskekse drin? Na ja. Was? Nein, ist gut. Das weiß ich. Hat mich, glaube ich, verkugelt. Ich war das nicht. Wieso sitzt er an der Kasse? Was ist denn mit dir? Hier, räum mal auf. Das kann man auch als Pause bezeichnen, ne? Wenn kein Kunde da ist und man sagt, ja, ich habe an der Kasse gearbeitet. Ich denke schon die ganze Zeit, warum sehe ich nur sie da einräumen? Ich habe vergessen, woher ich die Bananen hatte. Ist ein Regal? Ja, aber aus welchem? Diese Ordnung hier. Wir haben nur ein doppeltes Gemüse- und Obstregal. Oh, und dann habe ich es verkehrt abgestellt. Wo hast du es abgestellt? Nichts. Ist alles wieder gut. Nichts passiert. Gucken, ob er auch den Karton auf der Kasse findet. Ist hier nicht Hundefutter mal eingesortiert? Ja, rechts bei den Einzelregalen. Kräckers bei Kräckers. Kokosnuss zu Obst und Gemüse. Okay. 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 Apfel und Kokosnuss. Avocados sind rechts oben. Ich seh dir bei zwei zusammen. Was ist das? Das geht nicht so weit. Nein, auch die Reden. Das ist die Idee. Ah, diese Ordnung kann ich nicht einhalten. Warum nicht? Weil das Bild alles zu stressig ist hier. Sie sind daran zu stressig, Bananen neben Bananen zu stellen. Ja, im Lager ist doch scheißegal, wo es dahin kommt. Dafür haben wir Mitarbeiter, die den Platz finden. Und wahrscheinlich stellen die das auch nicht dahin wieder zurück, wo es hingehört. Diese Mitarbeiter sind so lahmarschig. Ja, deswegen kriegen die auch nur 20 Dollar pro Schicht. Krieg ja sogar ich mehr. Das hellblaue Bier isst alle. Bananen, ein bisschen haben wir noch. So, was ist denn jetzt hier noch? Haben wir noch Chips? Nein. Nein? Gut, dann kann ich die nicht. Warum blinkt das bei dir gerade auch so hektisch links an der Seite? Der Gassi, er needs a break, 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 break. Warum Biden-Break? Das Schlimme ist, Okay, die lassen das einfach fallen. Du hast Pause und weg. Ja, so mache ich das auch. Ist alles voll. Also Chips. Hier, Zitrus-Cakes. Liegen hier im Regal. Chips. Achso, ich wollte die gerade auch anschreien. Ich habe doch eben die grüne Milch aufgefüllt und dann passte da nichts mehr. Wo ist die denn hin? Vielleicht die blaue Milch? Vielleicht haben die Mitarbeiter geklaut. Jetzt wieder alles aufgefüllt, oder? Ich komme mal gucken. Frühstücks-Cakes sind noch. Hast du noch ein, noch drei, vier, fünf Packungen Waschmittel? Und dann noch Brot-Sticks und Zitrus-Cakes. Und Cracker mit Bits-Bites. Die habe ich doch gesehen. Die habe ich doch auch immer aufgefüllt. Was brauchst du? Frühstücks-Kekse, Ananas-Schnittchen und was noch? Was sind Ananas-Schnittchen? Diese gelbe Packung. Genau, die Brot-Dinger. Die macht er gerade. Jetzt Zitrus-Cake. Pineapple-Cakes. Und hier wäre noch La Vita-Platz für. Wieso machen die schon wieder Pause da draußen? Ach ne, die werden abgeholt. Na Vita. Waren das die Frühstücks-Kekse? Nee, oder? Doch. Ups. Die Mitarbeiter wurden bezahlt. Wir sind bald pleite. Hier. Mehl? Warum liegt hier Mehl? Ach so, in der Packung. Warum liegt hier was Marti-Reiß? Der ist doch voll. Store is open. Die Folge ist aber closed. Hallo. Schon seit sieben Minuten. Aber dann können wir gut befüllt demnächst fresh in die nächste Folge starten. Das wird nie ausgemacht. Kiel ist es kosten immer 20. Und wir haben nur noch 46. Wie, die Dinger kosten 20? Unsere Mitarbeiter kosten 20? Nein, die kosten. What? Pro Tag 20 Dollar. Die Self-Checkout-Dinger? Ja. Das steht hier aber nicht. Wo habe ich das gerade gelesen? Tja, unsere Mitarbeiter kosten pro Schicht. Na dann sollten wir jetzt aufhören, damit wir schnell wieder öffnen können. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tja. Tja. Bis zum nächsten Mal.